hallo ihr lieben leute kennt ihr mich überhaupt noch ja mich gibt es noch ich weiß ich habe schon ewig nichts mehr gemacht und jetzt muss ich einfach mal wieder anfangen und das eis brechen und deswegen bin ich da möchte ich ganz kurz erklären was in der letzten zeit passiert ist erstens wisst ihr dass ich lehrer bin und ich habe für meine eigenen schüler für die fünfte klasse in deutsch jede menge videos aufnehmen müssen und das hat mich sehr sehr viel zeit und energie gekostet was meine website angeht und das ganze projekt für deutsch als fremdsprache ja da gibt es auch schon seit längerer zeit einige technische umbrüche und es hat mich wirklich herausgefordert lange zeit wollte ich meinen mitgliederbereich erneuern ich wollte meine produkte erneuern das habe ich auch gemacht alles im hintergrund aber die technik das internet hat sich alles so schnell weiterentwickelt dass es wirklich auf messerschneide stand entweder vorwärts oder das ganze ist beendet und es muss scheitern nun ich bin wieder da und es ist vorwärts gegangen ich habe nun eine richtige firma gegründet und das wichtigste ich habe nun eine eigene it abteilung der dennis ist der chef davon er macht alles im hintergrund was mit ernsthafter technik zu tun hat darum brauche ich mich nicht mehr zu kümmern jetzt ist es erstens sehr sehr viel professioneller alles und es funktioniert auch und wir können jetzt richtig auf einem neuen level loslegen daraus ergibt sich dass ich auch viel aktiver ab sofort auf social media bin das müsste jetzt hier unten irgendwo eingeblendet werden ihr könnt mir auf facebook folgen auf twitter auf instagram und auf linkedin auch probiert es ruhig mal aus und in zukunft werde ich hier sehr aktiv werden so und ich wollte ich hatte lange hemmungen weil ich irgendwas großartiges rausbringen wollte aber wisst ihr was wir fangen jetzt einfach damit an und ich zeige euch was ich gemacht habe ohne großen marketing vorlauf und so weiter wir schalten dazu mal auf meinen computer hier ist meine website die kennt ihr vielleicht noch hier oben unter den log ins gibt es jetzt einen neuen punkt das ist der easy daf campus die hier unten sind alle veraltet da sind noch meine alten kunden drin die ich so langsam wenn sie lust haben können die rüber kommen aber hier der easy daf campus das ist jetzt das worum es geht so sieht die neue login page aus das ist ein schönes foto aus der gegend wo ich wohne der rheingau hier ist unser firmensitz hier sitzen wir und ich melde mich einfach mal an und los geht's das ist unser neuer mitgliederbereich der neue easy daf campus hier ihr seht da ist schon jede menge los es sieht alles völlig anders aus als vorher ich scroll einmal ganz kurz komplett durch und dann können wir so langsam uns einzelne sachen anschauen vielleicht nicht alles ganz so tief im detail dieses mal fangen wir einfach mal links oben anschaut hier ist die erste kategorie der lerntechniken für grammatik ihr wisst ich dass es mein kerngebiet seit vielen über 10 12 13 jahren seit 13 jahren ungefähr entwickle ich lernhilfen für deutsche grammatik und hier an erster position ist der gedächtnis crashkurs für deutsche grammatik dieser kurs hat die ganze zeit 37 euro gekostet den kriegt ihr jetzt vollkommen kostenlos und zwar unter easy darf de crashkurs ich zeige euch ganz kurz worum es hier geht ihr habt immer das hier ist die kursseite die hauptseite ihr habt hier den kursinhalt direkt darunter es gibt auch noch ein bonusvideo und hier wenn ihr rechts auf kurs ansehen klickt kommt klappt so eine seitenleiste aus und ihr seid direkt im ersten videos den weg könnt ihr auch gehen im ersten teil geht es um die grundlagen des erinnerns im zweiten teil sprechen wir über präpositionen und kasus wie man sich das besser merken kann im dritten teil geht es noch mal weiter ich muss selbst mal schauen was das thema ist genau das sind nebensatz konjunktionen und schaut hier seht ihr schon dass es drei online übungen auch dazu gibt ich klicke mal auf eine drauf da kannst du prüfen was du vom kurs verstanden hast wenn du hier auf test starten gehst kriegst du jetzt zehn fragen zum kurs die gehen wir jetzt nicht alle durch ja der wichtige punkt ist dass du alles online bearbeiten kannst du kannst jetzt wirklich du brauchst keinen zettel und stift mehr du brauchst keinen drucker mehr ich habe hier alles so gestaltet dass du wenn du willst alles auf deinem handy auch machen kannst auf dem sofa liegen du brauchst keinerlei papier mehr aber es gibt bei manchen kursen wenn ihr wollt auch noch papier zum ausdrucken es ist aber nicht mehr nötig so wir gehen wieder zurück auf mein bildschirm auch hier beim zweiten teil gibt es zwei online übungen da kannst du jetzt präposition und kasus üben und so weiter also es gibt hier insgesamt vier videos hier noch mit einem bonus video und all also dieser gesamte kurs das sind ungefähr ich glaube um die 60 minuten video zeit hier und vor allem hier mit untertiteln auch auf deutsch und englisch das habe ich immer durch diese kleine grafik hier angezeigt so hier kommt ihr immer wieder zur haupt kurs seite zurück links oben und wenn ihr hier aufs easy daf campus logo drückt klickt kommt ihr wieder auf diese schöne übersicht oder hier oben unter kurse da sind sie nur etwas anders sortiert hier kannst du selbst dann die die sortierung einstellen ich selbst gehe immer über diesen button so das ist der crash kurs das ist gewissermaßen die grundlagen die grundlagen zum thema mnemotechniken also lerntechniken für grammatik regeln ihr wisst das haupt problem ist dass grammatik regeln viel zu abstrakt sind als dass sie die meisten sie sich merken könnten und deswegen führe ich in diesem kurs die grundproblematik ein und zeige euch schon wichtige techniken wichtige prinzipien damit ihr auch versteht warum diese techniken überhaupt so gut sind und warum sie tatsächlich funktionieren und wirken ich habe das prinzip ja nicht erfunden ich habe es aber auf deutsch als fremdsprache übertragen und habe dafür sehr viel sehr professionell mit zeichnern und so weiter gearbeitet und das zeige ich euch jetzt auch hier es geht weiter ab hier das ist das alte lernpaket für deutsch als fremdsprache das habe ich komplett überarbeitet inhaltlich überarbeitet erweitert und auch neue grafiken hinzugefügt alle grafiken habe ich neu zeichnen lassen das nenne ich jetzt das deutsch 11 lernpaket du siehst dass er ist das hauptwerk deutsch mit mnemotechniken mit zehn lektionen einmal auf deutsch und einmal exakt dasselbe auf englisch und wir schauen uns jetzt mal einfach die deutsche variante ganz kurz an hier sind wir hier ist wieder die kurs hauptseite wie es ein kurzes testimonial einer deutsch lernenden die das ganze mal getestet hat hier unten seht ihr jetzt dass den kurs inhalt erst mal ein kleines vorwort dann das große thema artikel lernen hier ist ein kompletter artikel kurs enthalten ja wir gehen einfach mal rein und zwar sehr wichtig ist dass dieser artikel kurs den kannst du dir hier komplett online durcharbeiten wenn du möchtest du kannst dir aber auch den video kurs ansehen das sind wir jetzt hier da gibt es ein kurzes übersichts video ein einführungs video und hier im artikel kurs video siehst du nun das eigentliche video und dieses video ist 77 minuten lang hier oben kannst du dir materialien runterladen wenn du papier materialien möchtest oder wenn du als wenn du als lehrerin diesen kurs selbst durchführen möchtest kannst du deinen lernenden das papier austeilen und die können dann die all die übungen die im kurs dran kommen selbst mitmachen auf papier oder ihr könnt natürlich wie versprochen komplett online machen indem ihr einfach dann immer an entsprechender stelle das video stoppt und dann hier die online übungen durchführt aber das zeige ich euch jetzt nicht im detail sonst verrate ich schon zu viel also dieser komplette artikel kurs ist online mit übungen und mit weiteren erfahrungsberichten von anderen die diesen kurs schon durchgeführt haben so wir gehen aber wieder zurück zu unserer deutsch elfe wir sind von hier direkt gesprungen hier in den artikel kurs hier ist das artikel kurs video und ich habe das einfach verlinkt hier vom haupt buch aus so damit es alles nicht zu lang wird gehen wir etwas schneller durch hier könnt ihr euch die haupt themen ansehen das ist jetzt nicht gegliedert nach dem europäischen referenzrahmen das sind einfach grammatik themen mit denen erfahrungsgemäß die ganz viele lernen oder die meisten lernen denn egal auf welchem niveau noch probleme haben hier verb und kasus das perfekt sein oder nicht sein im perfekt unregelmäßige verben lernen präpositionen welchen kasus benutzen präpositionen vokabeln lernen adjektive und die adjektiv deklination hier steht du brauchst eigentlich nur eine einzige tabelle wenn du ein wichtiges prinzip mal verstanden hast und am ende gibt es noch werblisten zum beispiel eine lange liste unregelmäßiger verben werben mit präposition und akkusativ mit präposition und dativ und so weiter und es gibt noch wichtige literatur referenzen die ich verwendet habe ja das ganze paket ist eigentlich entstanden aus meiner examens arbeit während meiner lehrerausbildung ich habe dazu eine ernsthafte lange arbeit geschrieben 80 seiten oder so und habe dafür auch seriöse wissenschaftliche literatur verwendet das habe ich dann aber alles so in mein online buch geschrieben dass es nicht mehr so wissenschaftlich anmutet du kannst es einfach lesen kannst dir die ganzen tollen bilder anschauen die gab es natürlich noch nicht in meiner examens arbeit und kannst es wirklich im unterricht einsetzen oder als selbst lernende person eben selbst damit arbeiten und zwar in einer sprache die du auch verstehst ohne dann den ganzen ohne das ganze wissenschaftlich aufgeblasen so wir schauen noch mal kurz rein was mir sehr wichtig ist du siehst ja immer hier hinten immer dass es tests dazu gibt und das sind online übungen hier schau es gibt zehn tests begleitend zum thema präpositionen und das sind eben alles immer online tests hier geht's los also dieses fragezeichen symbol ja hier ist ein kleiner teaser gewissermaßen ich habe die präpositionen immer grafisch visualisiert und jetzt musst du wenn du schön aufgepasst hast hier unten eintragen welche präposition hier abgebildet wird und es gibt neun verschiedene wechselpräpositionen in meinem buch hier an dem fragezeichen erkennst du immer dass es das jetzt ein test ist und diese dinger hier sind lektionen kapitel in textform im buch also wenn ich jetzt hier wieder drauf klicke bin ich in der textform so wir gehen noch mal auf die kurs seite auf die übersicht seite genau ja ich kann jetzt einfach mal ein bisschen was zeigen was ich damit meine wenn ich eben grafisch arbeite sehr sehr visuell arbeite hier siehst du so eine ganz traditionelle tabelle ja wie sie in sehr vielen büchern noch vorhanden ist mit der aber die meisten naja du kannst dir die natürlich irgendwie ich in den kopf hauen in dem du sehr 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 viel sie wiederholst und sie dir irgendwie einprägst du kannst das ganze aber natürlich auch sehr viel klüger machen indem du intelligente grafiken dazu verwendest und bilder kannst du dir schlicht sehr sehr viel besser merken als solche abstrakten darstellungen so jetzt schauen wir doch mal ob wir irgendwo einen ein schönes bild finden nämlich hier zum thema dativ können wir mal schauen hier führe ich mein farbsystem ein das ist jetzt noch eine sehr sehr einfache mnemotechnik aber es hilft schon sehr sehr wenn wir die die kasus zum beispiel in eindeutigen farben markieren das ist bei mir so eine basis von der ich dann aber auch weiter gehe so und hier ab diesem kapitel 3 punkt 2 heißt es nun verb und kasus die mnemotechnik wie können wir das uns alles sehr sehr viel leichter merken und hier seht ihr schon die deutsch-elfer abgebildet sie ist ein symbol dafür dass es als magisches wesen die ihr mit mit ganz tollen kleinen tricks dir hilft auf wundersame weise also im vergleich zu den anderen dass du dich auf wundersame weise immer an die wichtigen grammatik regeln erinnern kannst und also wie so ein kleiner haus elf der der bei der arbeit hilft so habe ich eben mir die deutsch-elfer vorgestellt die dir immer hilf dich an die korrekten regeln zu erinnern während die anderen ihre tabellen im kopf haben wenn sie sie überhaupt im kopf haben oder sich irgendwie verzweifelnd versuchen daran erinnern oder eben meistens das muss man einfach so sagen ich kenne das aus dem deutschunterricht oder sich eben gar nicht mehr wirklich daran erinnern können so und jetzt schauen wir mal wie es dann weitergeht als beispiel zeige ich euch mal den dativ drachen mit dieser tollen figur also meine kunden lieben diese hier sehr mit dieser tollen figur es geht natürlich noch weiter aber sie repräsentiert werden die den dativ verwenden und wenn du diese dann verknüpfst mit den tätigkeiten dann kannst du dir viel besser merken welche werden dann letztlich den dativ verwenden und so habe ich für jeden Kasus eine figur mir zeichnen lassen du siehst dass das auf hohem niveau gezeichnet wurde das haben hat ein sehr professioneller zeichner erstellt und durch das ganze buch hinweg findest du so tolles bildmaterial dass sich in deinem kopf festkleben wird du wirst sehr sehr viel mehr sehr sehr viel leichter die die regeln merken können so ich möchte jetzt nicht durch dieses ganze buch durchgehen es ist sehr sehr lang wir schauen uns mal wieder die übersicht an hier findest du im prinzip zusatzmaterialien über den artikel kurs video über das artikel kurs video haben wir schon gesprochen hier ist dasselbe buch noch mal komplett in englisch wenn also dein deutsch noch nicht ganz so gut ist als ich habe es in einem deutsch geschrieben dass du verstehen können solltest wenn du auf dem niveau sagen wir mal b1 bis solltest du es auf jeden fall verstehen ende a2 könnte auch schon möglich sein und wenn nicht ist es auch einfach deine erste richtig deutsche lektüre und was du nicht verstehst kann vielleicht google translate am ende für dich erledigen dann sind hier zusatzmaterialien hier findest du nemo-lernposter es sind eigentlich über 40 ich glaube mittlerweile 41 schon oder 42 das ist wieder diese hauptseite und hier siehst du einfach als thumbnails alle grafiken oder die wichtigsten grafiken die so im buch vorkommen hier sogar ein lernposter als ausmalbild hier falls du mit jüngeren schülern arbeitest und so weiter du kannst dir ja ich schaue mir jetzt doch mal den dativ drachen an hier hast du das verb danken visualisiert und hier habe ich das nun ich verkleinere mal den bildschirm ein bisschen hier hast du das nun als schönes a4 lernposter dass du dir ausdrucken kannst zu hause hinhängen kannst du kannst es dann noch kannst ja ein ganzes assoziagramm an deine zimmerwand machen und werden mit dativ dazu sammeln zum beispiel wenn du deutsch unterrichtest kannst du das im klassenraum aufhängen also lernende freuen sich immer wenn es ein bisschen was farbiges sehen was aber auch sinnvoll ist und ihnen beim lernen hilft und wir gehen wieder zurück auf mein bildschirm hier findest du eben die wichtigsten grafiken zu dem buch und wir gehen wieder zurück hier haben wir lernkärtchen für schwierige werben und schwierige werben sind also werben mit also starke werben zum beispiel werden mit präposition plus dativ oder plus akkusativ oder reine dativ werden und reine genitiv werden gibt es da auch und hier findest du also mnemonische lernkärtchen die du dir auf papier ausdrucken kannst ich hole das gerade mal schnell nämlich hier ist solches papier das ist ganz fein perforiert im A8 format das legst du dann einfach in deinen drucker also das kannst du auch bei mir erwerben du kannst es auch einfach auf papier drucken und ausschneiden ich zeige euch auch noch in anderen videos wie genau man das in den drucker einlegt also hier in dem produkt hast du dann die druckvorlagen zu diesen werben du legst das papier ein und danach kannst du es einfach ganz leicht der perforation entlang falten brauchst keine schere mehr und nichts das papier ist natürlich auch etwas dicker so wie karteikärtchen und dann siehst du schon wie leicht du das abtrennen kannst dann faltet man es einfach hier noch mal so und schon hast du dann karteikärtchen was dann natürlich bedruckt wäre so das finden wir also hier drin hier findest du ein nemo spiel ein erinnerungsspiel zu wichtigen artikel anzeigen den werb endungen das kannst du richtig online spielen und hier haben wir noch ein kleines zusatz video ein bonus video zu untrennbaren vorsilben auch dazu gibt es dann noch ein zusätzliches lernpost eine zusätzliche visualisierung und hier haben wir noch lieder mit denen du dir viel besser die präpositionen merken kannst und hier haben wir die karteikarten druckvorlagen die sind einfach leer drück da mal hier kurz drauf jetzt zeige ich wie das funktioniert das sind jetzt einfach vorlagen für microsoft word oder apple pages da kannst du dann deine eigenen inhalte rein tippen und kannst es also korrekt ausdrucken und der witz hieran ist dass ich dokumente angelegt habe wo du einfach nur noch inhalte rein tippen musst und dann kannst du es mit dem drucker korrekt als karteikärtchen ausdrucken das ist nämlich eine menge arbeit das format richtig anzulegen und zwar so dass es dann im drucker auch korrekt ausgedruckt wird und solche vorlagen findest du also hier drin wir gehen noch mal zurück lassen diese kategorie lerntechniken hinter uns und hier hast du nun die kategorie wortschatz hörverstehen kultur und landeskunde das sind unsere 128 gastfamilien videos ich klicke da einmal rein und wir haben hier mich als begrüßungsvideo du findest hier tatsächlich 128 einzelne videos zu ganz verschiedenen themen über eineinhalb jahre hinweg haben wir unsere eigene familie also meine frau und unser sohn noch dabei gefilmt und feste gefeiert hier sind wir jetzt gerade in der weihnachtszeit das passt jetzt im sommer natürlich nicht so gut silvester hier wir haben museen besucht wir haben reisen gemacht die haben wir im schnee gespielt den friseur besucht und so weiter es gibt unglaublich viele themen also eben 128 einzelne videos auf reisen beim basteln beim handwerken beim feste feiern beim kochen und so weiter und der witz ist dass du unter jedem video ich klicke jetzt hier mal klicken in das schöne deutsche müllsystem das ich hier erkläre unter jedem video also bei den meisten findest du erstmal hier wichtiges vokabular beschrieben oder eine zusammenfassung oder eine hervorhebung von vokabular das ich als besonders besonders prägnant besonders interessant erachte zum beispiel hier die phrase hinein damit die findest du dann bei minute 6 46 du lernst dann richtig aus dem kontext heraus neues vokabular und phrasen kennen hier natürlich alles mit untertiteln auf deutsch und englisch und es gibt zu jedem video zu jedem einzelnen video online tests die du dir die du dann durchführen kannst und zwar begleiten zum video du siehst ich habe hier immer zeitmarker zu den fragen angegeben dann kannst du selbst schauen bei wie die lösung lauten muss indem du dir das video nochmal anschaust und dann beantwortest du eben die fragen wie du denkst dass sie richtig sind gehst weiter es gibt zu jedem video diese fünf fragen und am ende beendest du deinen test und bekommst sofort eine rückmeldung dazu was du alles richtig gemacht hast ich gehe jetzt nochmal zurück hier auf die haupt video seite du siehst hier auch immer eine material sektion dort findest du downloads die du dir ausdrucken kannst wichtiges vokabular und phrasen aus diesem video mit screenshots das arbeitsblatt das du digital bearbeiten kannst kriegst du hier nochmal als pdf oder auch als word dokument also die die lehrer innen unter euch ich gendere jetzt natürlich auch konsequent die lehrer innen unter euch könnte die arbeitsblätter natürlich auch anpassen wenn euch meine fragen meine aufgaben nicht gefallen können ihr einfach sie leicht abändern und eurer lerngruppe anpassen hier ist ganz lustig ein ein mitglied daniel simpson aus den usa ein komponist der hat zu einigen videos eine wörtersuche angefertigt selbst dass du dir dann ausdrucken kannst das gibt es nicht zu jedem video du kannst ja alle untertitel als reine textdatei ausdrucken das wurde von von meinen kunden damals gewünscht und deswegen habe ich gemacht oder als reiner als reiner podcast kannst du dir einfach die tonspur anhören unterwegs so ich gehe wieder zurück das waren also die 128 videos aus unserer familie die haben übrigens insgesamt eine spielzeit also ein einzelnes video ist im durchschnitt zehn bis zwölf minuten lang also nicht zu viel stoff und insgesamt hast du ungefähr 24 stunden reines video material und wenn du dir das alles anschaust mit denn und die übungen dazu machst und dieses vokabular anschaust dann geht es gar nicht anders als dass ich dein hörverstehen verbessern muss und du wirklich nützliches tolles vokabular lernst dass du so in keinem deutschkurs wahrscheinlich lernen wirst und alles aus realen nicht konstruierten kontexten heraus das ist das wirst du wahrscheinlich in ähnlicher form so nicht mehr finden schau mal hier habe ich eine extra sektion gemacht die sich besonders gut für dozenten eignet zum beispiel eben die so ausmal bilder für wechselpräpositionen wenn lehrer innen das an ihre schüler austeilen möchten damit sie sich die kasus mit den präpositionen besser einprägen hier berns arbeitsblätter auf a1 niveau die werden wir demnächst auch noch weiterentwickeln aber ich schaue wir schauen uns erstmal an worum es hier geht hier sind die inhalte die die themen ich gehe mal in den hauptordner und wir schauen uns einfach mal kurz an was die inhalte sind hier ist nur visualisiert wie so ein ordner aussehen kann und hier sehen wir nun die eigentlichen inhalte es geht um adjektive die adjektivdeklination der akkusativ und in klammern steht immer wie viele einzel arbeitsblätter es gibt also jetzt zum beispiel zur adjektivdeklination gibt es insgesamt sechs arbeitsblätter hier ist ganz kurz das format dargestellt damit du siehst was man da eigentlich machen muss auf dem arbeitsblatt und wenn ich jetzt mal auf 1 drauf klicke sieht es so aus auf der vorderseite hast du das ist immerhin so lernkarten angelegt die würde man dann ausschneiden und dann kann man damit spielerisch arbeiten du kannst es aber auch natürlich einfach zusammen lassen und einfach die lösung abschreiben und hier ist übrigens die lösung dann immer auf dem zweiten blatt ist die lösung das erste blatt ist die aufgabe und das zweite blatt ist die lösung und du kannst dir das natürlich auch alles ausdrucken und ausschneiden so wir gehen wieder zurück hier kannst du dir einfach mal die themen anschauen ich bin sicher dass die auch interessant sind für höhere niveaus zum beispiel die definit pronomen indefinit pronomen fragesätze konjugation konjunktionen auf position 0 das perfekt 35 arbeitsblätter zum perfekt personalpronomen präpositionen possessivpronomen satzbauübungen trennbare werden zahlen und du hast jetzt schon gesehen die sehen recht unkonventionell aus diese arbeitsblätter ich zeige dir noch mal wie die gedacht sind indem ich noch mal auf die kursseite gehe und hier haben wir also auch eine anleitung zu den arbeitsblättern für lehrer innen also bernd war mal wirklich mein arbeitskollege und er hat sehr sehr engagiert diese arbeitsblätter erstellt aus seiner unterrichtspraxis heraus und hat sie in seinem unterricht verwendet und er hat sie mir dann alle zur verfügung gestellt dass ich da ordentlich ein ordentliches produkt daraus mache und er erklärt also auch hier in der anleitung wie genau man spielerisch im kurs mit diesen übungen umgehen kann und geplant ist weil es wirklich auch für anfänger ist die noch nicht gut deutsch können geplant ist dass wir all diese arbeitsblätter als audio dateien auch hinterlegen so dass anfänger gut zuhören können nachsprechen können und die richtige lösung ganz leicht eintragen können weil sie die lösung auch hören das wird das nächste produkt sein was im kampf im campus veröffentlicht wird das sind dann berns audio arbeitsblätter ihr könnt gespannt sein so ich gehe noch mal raus hier in unserer haupt übersicht genau hier ist noch mal ein video wie diese deklinations tabelle funktioniert dieses lernposter ist in grafischer variante auch teil also auch im campus und in einem video erkläre ich auch wie es funktioniert das ist wirklich eine deklinations tabelle und du kannst hier schon ahnen dass die sehr grafisch gestaltet ist mit mnemonischen merkbildern und damit kannst du dir wirklich die adjektiv endungen und auch die kasus fragen übrigens wer oder was wen oder was wem wessen und so weiter wirklich sehr sehr viel besser merken als wenn du einfach drei oder vier tabellen auswendig lernt was völliger völliger unfug ist eigentlich das poster gibt es tatsächlich auch als poster das stelle ich euch irgendwann anders mal vor wenn du es in den klassenraum im klassenraum aufhängen möchtest aber in diesem video erkläre ich dann noch mal genau wie man dafür damit arbeitet wie das alles funktioniert dann gibt es hier ein bisschen was noch was ich eh schon auch auf youtube veröffentlicht habe nämlich meine essentielle phonetik meine essentiellen phonetik tipps das sind vier videos offensichtlich der ch laut teil 1 2 und 3 und der e laut ja und hier geht es jetzt einfach darum dass du es hier völlig werbefrei die anschauen kannst und hier ist meine youtube grammatik das sind bisher nur vier lektionen drin manche videos werde ich vielleicht noch mal neue aufnehmen das sind viele ich möchte nicht sagen alle aber viele videos die du von mir als grammatikerklärung auf youtube findest eben völlig ohne werbung hier im mitgliederbereich zu finden und der punkt ist dass unsere mitglieder einen festen betrag pro monat zahlen und wenn weitere produkte des easy daf campus hinzu kommen bleibt der preis gleich also es wird sich immer weiter anfüllen und man zahlt einfach immer dasselbe obwohl immer neue inhalte hinzukommen geplant sind auch gastvorträge und zwar fangen wir jetzt in zwei drei wochen schon an ich habe bin bereits mit einer tollen lehrerin in kontakt die ich glaube in italien unterrichtet aber eine deutsche muttersprachlerin ist sie ist super beliebt super erfolgreich mit ihrem konzept und sie wird einen gastvortrag erhalten ein bisschen konversation ein bisschen grammatik vermitteln und unsere mitglieder können da also natürlich kostenlos oder was heißt kostenlos sich zu ihrem monatlichen grundpreis sich das ansehen und wir werden das auch aufnehmen und archivieren so dass neue mitglieder oder welche die keine zeit hatten live dabei zu sein sich das später noch ansehen können und passt auf jetzt kommt das wichtigste oder nicht das wichtigste aber noch ein weiterer wichtiger teil nämlich hier oben unsere unsere social media unsere social media funktionalität oder funktion so erst mal seht ihr hier mein profil ja also ich kann jetzt hier auf mein profil gehen du kannst dir das hier einrichten wie so eine facebook seite hier ist mein foto und hier habe ich ein hintergrundbild gewählt hier sehe ich wer gerade beliebt am start ist das ist hier mein techniker übrigens mein it spezialist der dennis und das bin ich und hier sind nochmal testaccounts von dennis aber wenn wir hier mal auf neueste gehen sehen wir dass hier schon neue mitglieder drin sind und einer hat sich sogar auch schon ein ein foto hochgeladen das ich natürlich unkenntlich mache damit ihr damit der datenschutz gewährt ist gewährleistet ist so und natürlich kann man jetzt mir man kann auf meine chronik gehen und sehen was ich so schon geschrieben habe man kann oder ich das ist jetzt mein account ich kann meine kontakte sehen ich bin in einer gruppe nämlich in der campus gruppe schon drin da wird es dann später wichtige informationen wichtige mitteilungen geben für die campus mitglieder und so weiter wir werden noch foren anlegen und das kannst du dann alles hier sehen und man kann ich jetzt mal auf dennis profil und ich kann mir dennis natürlich auch ich kann ihn ich bin schon mit ihm verbunden hier ich bin mit ihm befreundet ich kann ihm folgen wenn er neue sachen veröffentlicht ich kann ihm eine persönliche nachricht schreiben auch gehen wieder zurück und diese buttons die seht ihr jetzt nur weil ich administrator bin okay ich gehe wieder zurück und über dieses dieses social media funktionalität könnt ihr ich zeige euch noch was das habe ich gerade vergessen ihr könnt auch schauen welche mitglieder online sind und die meisten haben jetzt noch kein foto ich klicke hier mal drauf ich habe das jetzt recht groß gestellt die bildschirmeinstellungen damit ihr es halt besser sehen könnt hier seht ihr also in einer großen übersicht aktuelle mitglieder und wann sie zuletzt aktiv waren ihr seht ihr der jose war vor 45 minuten aktiv dann könnt ihr natürlich auf ein profil klicken und kommt dann auf die social media der seite dieses nutzers und ihr könnt dann miteinander in kontakt kommen das muss der nutzer natürlich nicht akzeptieren aber ihr habt grundsätzlich die möglichkeit zu sehen wer ist denn alles hier drin was sind deren interessen und kann man sich vielleicht kennenlernen auch anderweitig verabreden und sonst was das ist super toll und für die lehrer innen unter euch ist es natürlich auch super wenn ihr privat unterricht gibt und ich weiß es gibt immer mehr meine erfahrung ist eine lehrerin die ich kenne hat ungefähr 20 schüler oder sogar mehr also 20 plus mit denen ist sie in kontakt über ganz verschiedene kanäle mit manchen skype sie oder schreibt nachrichten über skype dann über über telegram über whatsapp und was weiß ich und das kann recht schnell sehr unübersichtlich werden und wir bieten hier an über unseren easy daf campus dass ihr natürlich eure schüler sehr sehr günstig reinholen könnt und eure schüler organisieren könnt ihr könnt sogar eigene geheime gruppen auch anlegen zumindest könnt ihr auch einzeln mit ihnen kommunizieren und die lehrkraft hat einfach alles in einem campus im überblick und weiß wer ihre schüler sind auf welchem stand sie sind weitere funktionalitäten kommen dazu und so weiter ich glaube jetzt höre ich mal so langsam auf ich zeige euch nochmal ganz kurz den den übersichts bildschirm so sieht das ganze aus ich scrolle noch einmal durch weiteres kommt hinzu was noch ganz wichtig ist ich gehe jetzt nochmal auf die gastfamilie was ganz wichtig ist ihr findet unter allen videos unseren kommentar button ihr könnt einfach überall auf der page auf diesen button klicken und seid dann sofort im kommentarfeld oder ihr könnt natürlich auch einfach runter scrollen und da rein klicken und dann könnt ihr hier einen kommentar hinterlassen und ich appelliere wirklich das auch zu nutzen weil ich natürlich auch darauf antworte weil andere darauf antworten können und weil dadurch ein richtiger austausch stattfinden kann und zwar zu relevanten plausiblen themen aus dem alltag einer deutschen familie oder ihr könnt es natürlich auch bei anderen produkten machen ihr könnt jederzeit fragen stellen und ich bin sofort in der nähe und antworte dann auch oder andere antworten und so soll das ganze eine richtige community werden das ist der easy daf campus und ich werde in zukunft auch wieder andere grammatik videos veröffentlichen ich werde jetzt auf jeden fall wieder aktiver werden weil der knoten jetzt gelöst ist um die technik entwickelt kümmert sich dennis und ich kann wieder produzieren und inhalte veröffentlichen jetzt wisst ihr bescheid über den easy daf campus und in den nächsten sagen wir drei tagen könnt ihr einfach auf einen link klicken unter diesem video easy daf.de slash campus ihr findet ihn auch nochmal hier drin in den nächsten drei tagen kommt ihr direkt auf die bezahlseite und kriegt 50 prozent rabatt als belohnung weil ich so lange nicht mehr etwas von mir habe hören lassen und als belohnung dass ihr euch das video angeschaut habt 50 prozent für die nächsten drei tage der link ist später immer noch aktiv aber es wird dann auf regulären preis stehen der aber immer noch wirklich für das was ihr kriegt ist das einfach lächerlich das muss man so sagen und auf den crashkurs kriegt ihr 100 prozent rabatt und zwar dauerhaft das habe ich glaube ich ganz am anfang schon gesagt da lautet dann der link easy daf.de slash crashkurs auch den findet ihr unten in der video beschreibung da könnt ihr einfach wenn ihr mal schauen wollt euch eintragen wirklich kostenlos es werden keine bezahldaten abgefragt auch für die campus mitgliedschaft gibt es keine mindest vertragslaufzeit du kannst rein und jederzeit wann du willst ganz einfach wieder raus es ist alles fair und wirklich günstig so was gibt es noch zu sagen natürlich freue ich mich wenn dir meine wiederkehr gefallen hat gib mir einen like abonnier meinen kanal irgendwo findest du ja den button zum abonnieren und vergisst die glocke nicht dabei und schreib mir in die kommentare wie was das jetzt für einen eindruck auf dich hinterlassen hat dieser easy daf campus schreibt mir eure wünsche eure wünsche in die kommentare wir werden ja in zukunft auch live sessions machen im campus ich werde auch irgendwann mal auf youtube was live machen aber dazu brauche ich noch ein bisschen zeit schreibt mir eure wünsche für grammatik themen wozu wünscht ihr euch neue videos und so weiter das war meine rückkehr für heute ich hoffe ihr freut euch genauso wie ich dass ich wieder endlich dabei bin dass ich wieder zurück bin und wir haben eine tolle neue zeit miteinander das war's für heute bis dann euer peter von easy daf.de es lohnt sich übrigens immer mal ein blick auf meine website natürlich zu werfen bis dann tschüss das war peter von easy daf.de ciao